Nick ist Fotografiestudent. Ein Fotografiestudent bei seinem ersten Mode-Shooting. Ein Hochgeschwindigkeits-Shooting mit über 200 kmh Richtung Erde. Während er filmt, schießt er auch noch das perfekte Foto. Gleichzeitig. Und das lädt er hoch, bevor er unten ankommt. Nick macht das alles mit nur einem Smartphone. Das HTC One. Absolut empfehlenswert, findet Nick Jojola. Das HTC One. Absolut. Ihr könnt ihr denn mit dem, wenn es nicht so ist, wenn wir ihn mit dem, wenn es nicht so ist.